Halt! Halt! Stopp! Der Werbefilm zu den beiden neuen Color Edge Monitoren ist doch noch überhaupt nicht fertig. Mach mal Stopp. Ne, mach das mal weg, das sollt ihr doch überhaupt noch nicht sehen. Ja, nicht ganz weg, so ein bisschen Hintergrund tut der ganzen Sache doch gut. Ja, war ich schon, wäre ich jetzt lieber, aber das hatten wir alle schon. Einfach ein Studio-Hintergrund. Prima, geht doch. Also, genug Schabernack. In diesem Video wollen wir uns die beiden neuen 27 Zoll Color Edge Monitore der TG-Serie schon mal etwas genauer angucken. Den CG2700S und den CG2700X. Fangen wir doch mal ganz untypisch mit der Rückseite an, denn hier hat sich zumindest rein visuell das meiste verändert. Dem geneigten Color Edge-Scanner wird natürlich sofort auffallen, dass wir hier ein neues Material haben, nämlich ein gelochtes Metallblech. Das hat aber nicht nur ästhetische Gründe, sondern vor allem auch ganz handfeste technische. Ihr kennt das von Color Edge nicht anders. Bei unseren Monitoren ist immer ein internes Netzteil verbaut, denn niemand möchte so ein externes Netzteil hinterm Schreibtisch verstecken müssen. Das interne Netzteil erzeugt Wärme und im Falle der neuen Modelle natürlich besonders viel Wärme, weil beide Modelle haben eine Power Delivery über USB-C von über 90 Watt. Könnt ihr euch vorstellen, 90 Watt on top zur Leistung des Monitors erzeugt eine ganze Menge Wärme und die müssen wir irgendwie loswerden. Und da hat sich halt dieses Lochblech besonders bewährt. Ihr seht also hauptsächlich technische Gründe, aber aussehen tut es, wie ich finde, auch ganz gut. Auch bei den Anschlüssen hat sich eine Menge getan und auch die Lichtschutzblende ist komplett neu. Dazu aber später mehr. Jetzt ist es aber wirklich höchste Zeit, das gute Stück rumzudrehen und uns mal das anzuschauen, weshalb man so einen Monitor eigentlich verwendet. Von vorne sieht man nämlich die größten Unterschiede der beiden Geräte. Zumindest, wenn man ganz nah herangeht. Im CG2700S ist ein WQHD-Panel verbaut. Das heißt, das Panel hat eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Damit tritt der CG2700S in die Fußstapfen der beiden Vorgängermodelle CG2730 und CG279X. Der CG2700X ist unser 4K-Spitzenmodell in 27 Zoll. Genau gesagt hat er eine UHD-4K-Auflösung, das heißt 3840 x 2160 Pixeln. Damit kriegen wir ein ultrascharfes Bild hin mit einer Detailauflösung von 164 Pixel pro Inch. Für Fotografen heißt das nichts weiter als ein ultrascharfes Bild und für Videofilmer heißt das, dass sie ihr UHD-Videomaterial in voller Auflösung anschauen und graden können. Wie sich das für einen echten CG-Monitor gehört, sind natürlich auch in den neuen Modellen TrueBlack Panels verbaut. Der CG2700S erreicht eine Maximalhelligkeit von 400 Candela pro Quadratmeter und ein Kontrastverhältnis von 1600 zu 1. Der CG2700X erreicht sogar eine Maximalhelligkeit von 500 Candela pro Quadratmeter und ein Kontrastverhältnis von 1450 zu 1. Soweit zu den Unterschieden, kommen wir mal zu den Gemeinsamkeiten zurück. In beiden Monitoren arbeitet eine 16-Bit-3D-Lookup-Table und sorgt, wie ihr das von ColorEdge gewohnt seid, für extrem sanfte Übergänge und total präzise Farben. Natürlich unterstützen auch die beiden neuen Geräte den 10-Bit-Modus. Jetzt rede ich die ganze Zeit schon von den Modellen der CG-Serie, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob alle von euch wissen, was denn ein CG-Monitor überhaupt erst zum CG-Monitor macht. Deshalb hier jetzt mal die fünf wichtigsten Punkte, die ein CG-Monitor so besonders machen. Ja, der augenscheinlichste Unterschied ist der integrierte Kalibrierungssensor hier oben im Monitorrahmen. Der ermöglicht eine super schnelle und sehr komfortable Kalibrierung. Das kann man sogar automatisch machen, muss da überhaupt nicht dabei sein. Kann man sogar nachts machen, dann stört es einen nicht bei der Arbeit und man kann es nicht vergessen. Das Coole ist, da muss nicht mal ein Rechner für dranhängen. Punkt 1. Punkt 2 kann man eigentlich auch ganz gut sehen, die Lichtschutzblende. Die gibt es für die Monitore der CS-Serie als Zubehör. Bei CG ist die immer schon im Lieferumfang enthalten. Der dritte Unterschied, den sieht man eher im direkten Vergleich, ist der True-Black-Filter. Dieser Filter sorgt dafür, dass wir bei Monitoren der CG-Serie immer noch einen Ticken mehr Kontrast ermöglichen können. Das zeigt sich natürlich ganz besonders in den Schwärzen. Die sind einfach noch ein bisschen satter und dunkler. In jedem Monitor der CG-Serie sind Temperatursensoren, also Thermometer, verbaut. Mit diesen können wir messen, wie warm der Monitor ist und dadurch können wir die Warmleuchtphase des Geräts auf zwei bis drei Minuten reduzieren. Der fünfte und letzte Unterschied ist einfach noch immer noch ein Ticken mehr Präzision. Monitore der CG-Serie werden im Werk wesentlich präziser noch mal eingemessen. Die Grenzwerte sind noch etwas strenger und bei den CG-Monitoren gibt es auch immer eine Farb- und Helligkeitsgarantie von 10.000 Stunden. Wenn ihr das mal umrechnet, das sind bei normaler Benutzung wirkliche Jahre, in denen wir euch garantieren, dass der Monitor eine bestimmte Helligkeit und einen bestimmten Weißpunkt immer noch erreichen wird. Das sind jetzt nur die wichtigsten Punkte, aber jetzt wisst ihr zumindest schon mal den Hauptunterschied. Alle Color Edge Monitore sind werkskalibriert. Das heißt, wir messen jedes einzelne Gerät mit einem hochpräzisen Industriesensor schon in der Fabrik aus und kalibrieren modellabhängig unterschiedliche Presets mit unterschiedlichen Helligkeiten und Farbräumen. Bei den beiden neuen CG2700 Modellen sind das für Fotografen die Farbräume Adobe RGB und sRGB. Natürlich muss euch dabei klar sein, dass wir nicht wissen können, wie hell es bei euch ist und welchen Weißpunkt eure Umgebungsbeleuchtung hat. Deshalb ist es natürlich immer besser, noch mal individuelle Kalibrierungsziele zu erstellen. Wie das geht und worauf man dabei achten sollte, habe ich in der neunten Folge der Color Class Namibia schon mal sehr ausführlich erzählt. Wir verlinken euch das mal hier oben. Schaut euch das doch gerne nach diesem Video mal an. Wenn wir uns die Presets jetzt noch mal genauer anschauen, sehen wir, dass wir noch eine zweite Zielgruppe haben, für die diese Geräte gemacht sind, nämlich für Filmschaffende. Sehen wir daran, dass wir hier die wichtigsten SDR-Farbräume auch schon vor kalibriert haben, nämlich REC 709 und REC 2020. Man sieht aber auch, dass das Thema HDR bei diesen Geräten auch eine wichtige Rolle spielt. Denn wir haben auch Presets für HLG- und PQ-Gamma-Kurven hinterlegt. Natürlich haben wir auch noch viele weitere Features für Filme integriert. Dazu gehören vor allem der Safe Area Marker und eine Gammut- und Luminanzwarnung. So, jetzt haben wir uns eine ganz wichtige Seite des Monitors noch überhaupt nicht angeguckt, nämlich die Unterseite. Und hier finden sich ja die Anschlüsse. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Wie ihr das von ColorEdge kennt, haben wir natürlich auch in diesen beiden neuen Modellen wieder einen HDMI- und einen Displayport-Anschluss verbaut. Viele von euch werden sich aber sehr freuen, dass wir hier jetzt auch einen USB-C-Anschluss haben. Damit wird der Monitor nämlich zu einem echten Anschlusswunder. Über USB-C wird nicht nur das Monitor-Signal übertragen. Über USB-C wird auch der USB-Hub, der seitlich am Monitor verbaut ist und mittlerweile ganze vier Anschlüsse hat, gespeist. Außerdem wird darüber eine LAN-Buchse gespeist, die ihr unten am Monitor findet. Darüber könnt ihr euer mobiles Device, was ja heutzutage ganz oft gar keinen LAN-Anschluss mehr hat, ans kabelgebundene Netzwerk anschließen und erhaltet so eine super stabile Verbindung zu eurem LAN oder ins Internet. Wenn ihr jetzt noch kein Device habt, was mit USB-C angeschlossen werden kann, ist das natürlich kein Problem. Dann schließt ihr den Monitor halt wie gewohnt über HDMI oder Displayport an. Wollt ihr den integrierten Sensor nutzen oder eben den USB-Hub an der Seite, dann müsst ihr den Monitor halt noch zusätzlich unten mit USB-B an euer Device anschließen. Die vielen Anschlüsse, die unsere Geräte bieten, geben euch nicht nur maximale Flexibilität bei der Auswahl eurer Devices, die haben auch noch einen weiteren Vorteil. Wenn ihr mehrere Rechner gleichzeitig anschließt, könnt ihr unsere KVM-Switch-Funktion benutzen. KVM-Switch heißt, dass ihr Peripheriegeräte, die direkt am Monitor angeschlossen sind, mit beiden Rechnern nutzen könnt. Typisches Szenario ist, ihr schließt Maus und Tastatur direkt am Monitor an. Zuhause habe ich da zum Beispiel auch noch einen Videomischer und ein Audiointerface dran. Und abhängig davon, welches Eingangssignal ich am Monitor aktiviert habe, verknüpft der KVM-Switch diese Peripheriegeräte dann mit dem einen oder eben mit dem anderen Rechner. Ihr müsst wirklich nichts weiter tun, als das Eingangssignal des Monitors umzuschalten. Wie ihr das schon seit einer Ewigkeit von ISO kennt, sind natürlich auch die beiden neuen Modelle perfekt ergonomisch einstellbar. Ihr könnt die also neigen, drehen und in der Höhe verstellen, sodass ihr auch nach vielen Stunden Arbeit vor dem Monitor keine Rückenschmerzen kriegt. Natürlich könnt ihr die Monitor auch im Hochformat nutzen. Ein weiteres wichtiges Ergonomie-Feature für Kreative, bei denen es ja auf absolute Präzision ankommt, ist die neue Lichtschutzblende, die bei den CG-Geräten ja, wie schon gesagt, mit dabei ist. Die sorgt dafür, dass man auch bei suboptimalen Lichtbedingungen, so wie jetzt hier gerade im Studio, wo alles voller Lampen ist, nicht von Streulicht, was auf das Panelfeld irritiert wird und trotzdem ein absolut präzises Bild sieht. Die Blende wird einfach durch die im Rahmen verbauten Magnete befestigt und lässt sich dadurch super schnell anbringen und auch wieder abnehmen. Mir war zwar nicht bewusst, dass das ein Feature ist, aber ja, die Zeiten ändern sich halt. Deshalb nochmal explizit, bei unseren Geräten kann man den Netzstecker entfernen ohne Werkzeug und auch ohne großen Kraftaufwand. So, zum Schluss müssen wir noch über ein Thema reden, von dem ich hoffe, dass es euch nie betreffen wird, nämlich das Thema Garantie. Ich kann euch versprechen, wir tun wirklich unser Bestes dafür, dass unsere Monitore nie kaputt gehen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es doch mal zu einem technischen Problem kommt, könnt ihr bei uns anrufen und unsere Techniker gehen mit euch alle möglichen Ursachen durch. Wenn wir dabei feststellen, dass es tatsächlich einen Hardware-Defekt gibt, schicken die einen Kurier mit einem Austauschgerät. Das Austauschgerät verbleibt bei euch und ihr seid also innerhalb von kurzer Zeit wieder produktionsfähig. Das Coole ist, diese Werksgarantie gilt ganze fünf Jahre lang. So, ich glaube, ihr habt jetzt schon einen sehr detailreichen Einblick bekommen, was unsere beiden neuen Modelle so zu bieten haben. Für noch detailliertere Informationen geht doch einfach mal auf unsere Webseite. Ach so, eins noch. Wenn euch für die Themen Reise oder Astrofotografie oder Timelapse oder zahlreiche andere Reisethemen interessiert, dann kommt doch mal bei unserer Color Class Namibia vorbei. Ihr findet das unter ISO.Academy. Da findet ihr unter anderem auch einen Film, wie man das richtige Kalibrierungsziel findet für seinen Monitor und warum das überhaupt wichtig ist, das Umgebungslicht und den Monitor auf dasselbe Licht zu kalibrieren. So, das war es aber jetzt wirklich. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.